Ja, einen wunderschönen guten Tag, meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Wernigeröderinnen, liebe Wernigeröder, herzlich willkommen zur neuen Ausgabe von der Oberbürgermeister informiert. Heute, kurz vor den Sommerferien, möchte ich Sie ganz herzlich einladen zu unserem 11. Johannes Brahms Chor-Festival. Viele von Ihnen kennen und lieben dieses Fest, was seit über 20 Jahren hier alle zwei Jahre in Wernigerode stattfindet. Wernigerode wird auch in diesem Jahr wieder Gastgeber sein für Menschen aus aller Welt. Wir haben erstmals 45 Chöre zu Gast aus 17 Nationen und freuen uns aus Chöre aus Europa, aus Asien, aus Bolivien und aus vielen, vielen anderen Staaten, die teilweise zum ersten Mal bei uns. Traditionell natürlich auch immer wieder viele Chöre aus Asien und aus Russland Deutschland und natürlich auch Chöre hier aus Deutschland. Wir alle freuen uns auf dieses Festival, immer wieder aufs Neue. Wernigerode wird wieder bunt und international. Und Sie, meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Wernigeröder, tragen nicht zuletzt durch Ihre Präsenz auch dazu bei, dass dieses Fest ein ganz besonderes für unsere Stadt wird. Viele Wernigeröderinnen und Wernigeröder engagieren sich auch seit Jahren als Chorbetreuerinnen und Chorbetreuer und tragen damit dazu bei, dass sich unsere Gäste in unserer schönen Stadt wohlfühlen. Ich darf Sie sehr, sehr herzlich einladen, hier in Wernigerode teilzunehmen am internationalen Brahms Chor-Festival. Wir haben natürlich ein tolles Eröffnungskonzert. Es gibt ganz, ganz spannende Wettbewerbe und es gibt auch Freundschaftskonzerte. Und in diesem Jahr gehen wir erstmals nach Goslar. Wir sind gespannt, wie unsere niedersächsischen Nachbarn dieses tolle Festival aufnehmen werden. Wir freuen uns auf ein tolles Festival hier in Wernigerode. Dank unseren Partnern und Sponsoren, zuvorderst natürlich Interkultur, aber auch den vielen Partnern hier aus unserer Region. Und ich hoffe und wünsche, dass ich Sie alle zu irgendeiner Veranstaltung in den nächsten Tagen von Anfang Juli hier in Wernigerode beim Johannes Brahms Chor-Festival wiedersehe. Uhr. 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 Bis zum nächsten Mal.